so da bin ich wieder wir sind also wir haben wir haben endlich anubis ja was heißt mit team aber noch nicht weil der dies jetzt nicht so gut hat wie der eine wir können in team rein tun natürlich anubis austauschen durch ich bin denn das macht die die nehmen so so möchte ich sagen dann haben wir einen platz gemacht dann möchte ich mehr platz haben rausgekommen aber genau hier geht keine keine ahnung das an das ding liegt ich wollte die nächsten bosse feiten wir müssen sparen an geld glauben dass wir 95.000 so haben immer den die sachen zurücksetzen können aber heute geht's an jomi jomi und ideo ran also dem gardos mädchen geben denn wir haben zwei jahre immer da das gar das holen so ich weiß nicht wen haben wir denn ist denn zu gnädig vielleicht eher hier so ich habe jetzt wie viele habe ich jetzt überhaupt ja sieben das ist nicht so viel die sind aber echt schwer zu bekommen halt ne ja wir sind es richtig also 45 wir sind mittlerweile 47 steuern auf die 48 zu ja die kiste können wir ja auch plündern halt ne aber die zu finden ist immer ein bisschen schwierig so hier muss er irgendwo sein ne oder warte steig ich mal ab was denn was denn was denn Ach da. Wir nehmen... Oder? Kein Papurblitz. Komm, in die Fresse. Komm, in die Fresse. Shit. Ah, wir haben die scheiß Nässe. Oh, die hat gesessen. Komm. Komm. Am... Boah. Wäschte das mal. Sag mal. Das ist kein Elektro. Ja. Ich glaube, wir sollten mal wechseln. Ich bin hier ein Marshmogun. Ich bin hier ein Marshmogun. Ich bin hier ein Marshmogun. avais fait. Ich verfeuze. Jetzt hab ich getroffen. Boah, der hat gut abgezogen. Nein! Ich darf jetzt nicht... Ich hab Angst, wenn er jetzt wieder so eine Tausender-Attacke macht. Warte. Also, den Rest ein bisschen machen. Ja, das ist schon mal gut. Jo, wir haben ihn. Unser erster Boss in dem Spiel. Das sieht sich so komisch an, ne? Erster Boss. Es gibt da so Graffiti-Pistolen, hab ich auch gesehen. Aber gut, da kannst du ja halt so Bemalungen machen. Mhm. Okay, ist ein cooles Gimmick, aber... Naja... Mir würde man wünschen, wenn da noch mehr Monster kommen. Weil noch... Ist mau. Finde ich. Bei wie viel sind wir denn überhaupt? 112. Das ist nicht so krass viel. Ist okay, aber nicht so krass. Was? Okay, den habe ich schon nicht. Ähm... Soll ich den nächsten machen? Welcher wäre das dann? Ähm... Ich glaube, der nächste wäre hier Dinosum Lux. Oder Dinosum Lux. Und wir müssen eigentlich mal gucken, was hier ist, ne? Ist ja auch Turm der Brunterschaft. Ja... Ja... Ich glaube, die gehe ich... Hm... Oh, wir sind aber mittlerweile 48, ne? Sehe ich gerade. Jo. Machen wir mal Angriff her. Zack. Und Technologie-Punkte. Können wir jetzt endlich mal Erzbruch hier machen. Vielleicht gehen wir da mehr Erz raus. Äh... Mit großem Stil. Mhm. Äh... Pumpgun ist natürlich auch geil. Warte... Ah... Schon mal eine Pumpgun. Und... Hier das Fließband. Da kommen schon hier... Hitzresistente, Paraluminiumrüstung. Panzerfaust haben wir hier... Hitzresistente, Paraluminiumrüstung. Ja, da fehlen aber noch ein paar Sachen, oder? Da kann man noch was hinzufügen. Ähm... Ja, wir könnten Dinge zuholen, aber... Ich glaube, die legendären Paes gibt es aber auch hier nicht zu finden, ne? Wo waren jetzt... Ich muss echt dieses Zeug machen, dass man da schnell reisen kann. Direkt per Knopfdruck. Jetzt hol ich mal das nächstes. Wo war das denn jetzt? Warte... Ich hol mal hier Speedcon Salis raus. Wo war die um? Okay. Ja, wir holen uns diesen Dinosaurier. Ab... No... Ab... No... Als nächstes. Ja, und dann... Müssen wir gucken, ja? Müssen wir kickern. Ob wir uns den nächsten Boss ranwagen, also von dem Turm. Oh, sind die alle auf aggressiver Art. Hallo. Wie fällt die alle so aggressiv? Na? Oh, das ist ne Kiste. Äh... Hier ist außen. Warte mal. Waren wir hier letztes Mal, oder? Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Sollen wir mal hier gucken? Ja! Ja! Die kommen dann nicht mehr raus, ne? Ich steck da mal ab. Hallo. Was kommt für Teil denn? Äh... Nein! Jetzt hab ich eigentlich verschwendet. Ey, ich mach das direkt weg. So. Aber das ist was wir nicht brauchen. Ja, die grünen. Weil die sind echt wertvoll. Äh... Ich würd' mir Feuer nehmen, wenn wir hier in Eisgebiet sind. Hey. Achso. Jetzt. Oder haben wir das schon gemacht? Weil mir wird das nicht angezeigt. Das ist die Pflanzen, Tussi, ne? Äh... Aua, ey. Ja. Die kennen wir doch schon. Wann wird die mir nicht angezeigt? Ey. Nein. Ah, toll. Steht einfach nur Data. Oder weil ich die gefangen hab. Kann nicht sein. Oh, mein... Mein Pumper ist auch... Am Point, ne? Ich bin da wie eine Einser versteckt. Nein. Ich bin da wie ein. Scheiss, ich bin da nicht klar. Ich bin da nicht bewusst. Ich bin da nicht immer Ort. Ich bin da. Werden wir das nicht. Ich bin da. Ich bin da. Hallo, wieso geht das da durch? Schreit doch mal mit dem. Wenn das geht. So. Komm her. Sicher che散gack mir. Schreit doch mal. Schreit doch mal. Wie viel Verteilung hat die denn? Ich klein mal ab, dass es immer blöd ist, dass sie es so auflädt. Ah! Ah! Oh, das ist eigentlich nicht so ein bisschen. Oh, das ist ja... Ich finde die Attacken erlernen sich ja voll, ne? Ja, sie sind verkiftet. Ja, aber warum verfolgt das Ding mich? Nichts auf jeden Fall machbar. Aua. Mann, hör auf dich zu bewegen. Hey, ich geh die Krise. Ich bin die Krise. Komm. Wir haben sie fast. Ich bin die Krise. 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 Ach so, scheiße. Ich bin die Krise. 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 Wie konnte er mich treffen? Wie konnte er mich jetzt nicht treffen? Es waren nicht die krassen Werte, aber hoffentlich klappt das. Hi! Du tust ihn, du tust ihn richtig gut. Ich weiß ja nicht, von welcher Attacke das ist. Oh, das ist... Ja, das ist von ihm. Alter! Echt zu viel Verteidigung, ne? Ja, geil, wenn da mein Team wäre, ne? Ja... Ja, ich glaube, das schafft er... schafft das nicht von in der Zeit. aber dann wäre schon vielleicht offline machen oder gar nicht aber cool sieht der gegner auf jeden fall aus naja durch die säule klar naja das wird gar nicht alles für ein arsch naja das fängt irgendwie nicht an uns ist eigentlich schon der beste da ist die säule, boah das war knapp naja das läuft aber auch nur hier um anubis machen wir mal was echt viel zu viel ja 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 genau genau ja 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 aber jetzt ab wer noch nicht mehr ist ja also jetzt ab okay ja 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 So. 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 Was hast du denn? Hallo? Jaja. Yo Können wir zwei Minuten Äh, ja, ich hab zwei Minuten Warte Nein, ich hab nicht mehr Mann ist der scheiße Dass ich ihn ja auch nicht runterschubsen kann Shit Mann ist es auch fast down Was geht denn mit dir ab? Was geht denn mit dir ab? Nein Ja Time out 33.000 hätte er noch gehabt Sterbe? Ich dachte, ich werde rausgeschickt Das hat mir gar keinen Sinn Ich sterbe von wegen der Zeit Hä? Okay Äh Macht Sinn Macht sehr Sinn Junge Ja, 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 ja Diese Bugs hier, ne Das Spiel ist schon ewig draußen Und die Bugs gehen so auf den Sack Das glaubt ihr nicht Ja Ja, da müssen wir uns halt Anderweite schlagen, ne Weiß nicht, wie ich den sonst besiegen könnte Weil Mehr ist ja nicht zu Aus zu Kriegen, ne So, wir könnten noch den einen Äh, uns holen Diesen komischen Dinos Summen Der ist da hier Ja, komm, gehen wir da Was ist eigentlich dieser Palgitte da? Da oben Der Schlepp ist der Oh, 50 Das geht nicht Das geht nicht So Müsste hier sein, naja Okay, dann gehen wir halt in die Richtung Und Machen den Zumindest noch Also wieder Ein Fail Wie im letzten Mal Wir müssen hier hoch Scheiße Und dann hol ich mal den Vogel raus Oh, da ist eine Liftmunk Äh, Schadruhe Die können wir uns mitnehmen Und eine Truhe Auch gut So, warte mal Ja, du musst jetzt voraus sein, ne Oh nein, es ist wieder so ein Dungeon Ja, ne Das ist immer so blöd, dass die Dungeons immer da sind Jetzt kann ich hier wieder den Höhleneingang suchen unten Und zwar Oder? Auf den Gänse ist der hier Oh, stimmt nicht Ah, hier unten ist der Dungeon Okay Okay, wir haben So Danach können wir ja mal gucken Glaub mal So langsam, dass, äh Vielleicht ein paar Sachen verkaufen Dann irgendwie Wir sind bei 70.000 Das ist immer noch nicht so viel Wir müssen irgendwie 25 quetschen Wie nehmen wir denn jetzt? Wie nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir ihn, oder? Samurai Auf den Tönnisum Loks Ah, hier ist Elektro-Drache Ich will halt die Pflanze Und hat nicht so viel Verteidigung Man hat nicht so viel Verteidigung Ich muss aber nicht so viel Verteidigung Ich muss aber nicht so viel Verteidigung Die Maschine mal die Tru denn? Au 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 Aua Na, der ist ein 2 Wälde Und... Ja! 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 Heißer Maschinen! Tausend hat er noch! Wärtsorsigungen sind nicht mit dem Geht es aus! Aber... ...und... Shit! Nein! Komm mal zurück! Stimmt der! Oh! Mist! Die Dagsau! Ey! Geh doch rein! Hm! Keiner hat mich schon geloffen. Aha! Das war aber kein besonderer, ne? Ich meine, wir hatten den schon. Hm. Ist nie was wert hier, die Heulen, äh... Peze. Gehen wir mal mit. Ja, jetzt haben wir so gut die schon Parken erledigt. Ähm... Uns fehlt... Ja, jetzt muss man Astagon. Zu Astagon, 48. Und dann Lili Noct, 49. Und dann Blazermood, 49. Ja, und dann stehen nur noch Paldius, Frostalion und Jetragon. Und dann kommt das, ähm... D... Ja, was heißt DEC? Aber dieses Update. Wir haben ja einen Teil von Update schon genutzt, aber da war ja immer was. Zurückbauen. Hm. Da war ja noch was, äh... Was ja auch Beschwörungsritual da damit zu tun hat. Glaube ich. Und da kommt noch was... Noch im Juni, glaube ich. Ein Update. Ist ein großes. Ja, und dann, würde ich sagen, war's das auch langsam mit dem Spiel. Ist... Ja, ist nicht mehr so viel, aber okay. Äh... Ich weiß nicht. Aber irgendwo... Ein Delporter. Nee, da geht man nicht hin. Noten Tag. Ja, eine Waffe... Ja, die sind fast nur im 40... Oh. Drüber. Ist... Versteckt gewesen. Was auf dem See hier? Was? Was besonders? Okay, das macht der auch nicht. Bisschen Truhe. Okay. Ah, komm. Hier ist ein Teleporter. Gucken, was in so... Dann gehen wir heim. Gucken, was in so... Dann gehen wir heim. Gucken, was in so... Dann gehen wir heim. Gucken, was in so'n... Hm. Da gab's noch einer. Der war krass. Gucken. Ähm. Dramatis. Wenn du nicht least vist hast... Und Heim children. there sailed für den. ных things. auch nicht nur bei den hierbei. Oh. Ich bin an dem. Aufst transferiert. Jeg内 down. Ich bin an dieMonster. Der hat mich auf nullen Fallいた ist. nachgucken muss wenn das dann vorher angezeigt wird ein paar meter also der nächstgelegene zum beispiel dass man nicht so weit danach suchen muss die hundertste im dunkel sieht man aber auch viel mehr die sachen die man sammeln soll und die gegner schlafen das ist auch gut aber nicht alle naja nicht alle ich freue mich auch richtig auf die gamescom ohne witz die gamescom und auf die e3 wieder das wären wir zwei themen die dies hier wieder halten jetzt zurück weil momentan ist irgendwie spieltechnisch nicht so viel los